Willkommen zu Let's Play Super Mario Kart, dem allerersten Mario Kart, das jemals existierte. So, ich sag's nochmal, das hier könnte ein Rage LP werden, also wer das nicht verträgt, der sollte wegschalten. Ja, aber das ist gut, das ist gut, ja, jetzt setzt du sofort wieder ein Stern an, weil du merkst, ich komm, ich komm, ich komm, weil auch genau weiß, ich bin immer auf Kollisionskurs. Ja, komm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, nein, nein, das war so klar, selbst wenn er getroffen wird, kann, ja, das reicht mir jetzt. Ja, genau, er trifft mich direkt, ist klar, habt ihr das gesehen? Ich konnte nicht ausweichen, das war ein hundertprozentiger Treffer und wo ist denn der Bowser überhaupt? Ich meine, der hat mich doch gerade getroffen, aber zieht nicht an mir vorbei, was zum Teufel? Ich, ähm, werde wahrscheinlich in diesem Let's Play auch nicht um die Self-Sales drumherum kommen. Fuck, nein, nein, ich zange, war doch ins Ziel, war doch ins Ziel, oh Gott, danke, Irschi. Ich hätte erster werden können, scheiße. Krass. Ups. Sorry, musste kurz unterbrechen, gab was Wichtiges. Aber es läuft, Donkey Kong ist nämlich aus dem Rennen und ich muss einfach nur noch Dritter werden oder so und das reicht, aber führt er vielleicht auch. Wow, Hilfe, ein Panzer. Ja, schau so aus und bin am Ende, am Ende meiner Kräfte. Ja, ist klar. Klar. Nein, jetzt ist, nein, nein, wieso, nein, 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 jetzt hat er mich noch überholt, dieser Spur, das gibt's doch gar nicht, oh. Und stellt euch schon mal drauf ein, dass das hier auch größtenteils ein Rage-LP wird, weil der Pilz-Cup ist noch in Ordnung, aber die anderen Cups sind wirklich der Horror. Also man muss in der Nähe des Gegners sein, aber nicht zu nah, damit man ihn trifft. Wenn man nämlich zu nah ist, ich versuch's jetzt. Ja, wenn man zu nah ist, dann gehen sie auch gegen die Wand. Ist das so dumm? Komm, bitte, Dreiter, 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 Dritter, ich kann schon nicht mehr sprechen, weil ich so unter Druck stehe. Keine Ahnung, wie es jetzt ging, aber ich feier es. Oh, ein Sternchen ist hier so geil, Mann. Das ist der erste Stern, den wir kriegen und damit kann ich viel gut machen, vor allem, wenn ich die Peach rambe. Ja, komm her, 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 komm her. BTF, der Donkey Kong ist runtergefallen. Was für eine Zange. Und schon wieder. Okay, also, ähm, der ist schon mal besiegt. Ich glaube, ich, oh, obwohl. Ich wollte gerade sagen, ich muss jetzt aufgeben und ein Leben opfern, aber dann bekomme ich doch mal einen Stern. Komm, Zweiter, Zweiter, ja, Treffer. Nein, was mache ich denn? Oh Gott, nein. Oh, mein Hass auf Bowser hat mich leider den zweiten Platz gekostet. Dumm, aber Tatsache. Oh Gott, du musst einfach nur uns die Filz. Nein. Warum? Wirklich, glaubt mir. Man sagt mir manchmal nach, ich kann nicht zugeben, wenn ich schlecht bin, aber ich sage es jetzt hier klipp und klar. Ich kann dieses Spiel nicht und ich hasse es auch. Und deswegen werde ich nur, ähm, ja, ein Let's Play zu dem Hunderter Hubraum machen. Denn, glaubt mir, das Spiel ist schwer genug. Oh, das war so klar. Das war so ersichtlich, dass das passiert. Ja, guckt euch die Zeiten an, alle mit 24. Da sieht man, wie knapp das war.